Das über eine halbe Tonne schwere Differential wird an der Achse montiert. Zwei Stiftschrauben mit Loctite 648 gesichert machen eine schnelle und einfache Befestigung möglich. Die Stiftschrauben müssen hohen Belastungen in sehr kurzer Zeit standhalten und erlauben so den Technikern, das Differential sicher zu befestigen. 22 Spezialgehärtete Schrauben halten die Schlüsseleinheit des Antriebssystems für viele Jahre sicher befestigt. Terex und Loctite führten zahlreiche Testreihen durch, um eine zuverlässige Lösung zu entwickeln. Das Ergebnis? Loctite 648 ist definitiv die stärkste Schraubensicherung für diese Stahlgussbauteile. Sie hat sich seit der Einführung im Herbst 2006 ohne jegliche Beschwerden bewährt. Zuletzt werden die riesigen Bremsen des Monster Trucks montiert, die es mit einem Gewicht von bis zu 100 Tonnen zu tun haben.